Hallo und ganz herzlich willkommen zu Herr Stroms Ursachen. Heute mit der dritten Ausgabe des Weihnachtsspecials. Ja, es gibt eine dritte Ausgabe dieser wunderbaren und extrem erfolgreichen beiden ersten Ausgaben. Sie erinnern sich dran, Mario Lenk und ich. Wir haben in diesem wunderschönen Ambiente direkt vor Weihnachten gesessen, geplaudert und Glühwein getrunken und Ihnen dabei ein paar Fragen gestellt. Fragen zu unseren wunderbaren Gewinnspielpartnern. Insgesamt neun Stück, also ganz, ganz viele. Und ganz, ganz viele von Ihnen, noch viel mehr, nämlich insgesamt 816 Personen haben am Gewinnspiel teilgenommen und uns ihre Lösungsvorschläge reingeschickt. 784 davon waren richtig. Die häufigste falsche Antwort war übrigens Watchtime. Die richtige Antwort, dazu kommen wir gleich. Das Prozedere ist, heute bin ich einfach mal so kurz reingeschneit, weil ganz viele nachgefragt haben, auch draußen hat es reingeschneit, weil ganz viele nachgefragt haben, wie sieht es nur aus, lag ich richtig, wer hat er nun gewonnen? Ich will Ihnen nur kurz Bescheid geben. Heute haben wir Montag, das heißt, heute Abend in einem sehr komplexen, komplizierten Verfahren schließen sich Mario und ich zusammen und wir werden die Gewinner dann auslosen. Heute Abend, vielleicht schon, spätestens morgen werden diese Gewinner dann auf dem Mailweg in Kenntnis gesetzt. Die werden jetzt hier nicht verlesen aus datenschutzrechtlichen Gründen. Und dann hoffen wir, dass jeder sich direkt meldet und sagt, jo, das bin ich, uns die Adresse zuschickt und wir dann auch dementsprechend die Gewinne. Deswegen tun Sie mir einen Gefallen. Sollten Sie bis morgen noch keine Mail haben, gucken Sie bitte mal in Ihrem Spam-Ordner nach. Ist in Ihrem Spam-Ordner nichts und in Ihrem Mail-Ordner nichts, dann haben Sie wirklich leider nicht gewonnen. Trotzdem außer unserer Sympathie und unseren Segen und die besten Wünsche fürs neue Jahr. Ja, deswegen ist nun mal so, im nächsten Jahr oder in diesem Jahr zum nächsten Weihnachtsfest gibt es garantiert die nächste Ausgabe davon. So, jetzt gehe ich mal in die Fragen rein. Insgesamt neun Gewinne, viel mehr Gewinne, aber neun Gewinnspielpartner und dementsprechende Fragen. Fangen wir vorne an, reiten wir einfach mal ganz flott durch. Gewinn Nummer 1, eine Larko Flieger Uhr Pro und ich habe Ihnen die Frage gestellt, in welcher Uhren- und Schmuckmetropole in Deutschland ist Larko eigentlich beheimatet? Dazu sollten Sie mir den sechsten Buchstaben nennen. Die Lösung ist natürlich Pforzheim. Pforzheim, der sechste Buchstabe ist H, H wie HHH oder wie Pforzheim. Also haben Sie damit schon den ersten Buchstaben. Zweite Frage. Dabei ging es um einen Uhrenbeweger und einen Einkaufsgutschein im Wert von 500 Euro von Klaus Botter. Die Frage war wichtig. Hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine noch wichtigere und erfolgreichere Frau. Wie heißt eigentlich die Frau von Klaus Botter mit Vornamen? Davon die erste Buchstabe. Die heißt natürlich Frau Botter, also F. Scherz, natürlich ist der Gewinnbuchstabe ein A, denn Frau Botter heißt mit Vornamen Anke. Erster Buchstabe A des Vornamen oder letzter Buchstabe des Nachnamen Bot A ist also ein A. Zweiter Buchstabe. Drittens, dabei ging es um eine Uhrenrolle von The Wrist Guy, vom lieben Burak. Ich habe nachgefragt, da ist auf der Uhrenrolle ein Stempel mit seinem Logokürzel und davon der mittlere Buchstabe, das Logokürzel von The Wrist Guy ist TWG. Der mittlere Buchstabe ist ein W. Ja, ich weiß, ich habe mich zwischendurch versprochen, aber die allermeisten haben es, nachdem sie mich drauf aufmerksam gemacht haben, auch richtig gemacht. Also haben wir hier den Buchstaben W. Vierter Lösungsbuchstabe, dabei drehte es sich um, Herr Strom zu gewinnen, gibt es, gab es eine Teilnahme an meinem Seminar Armaduren Sammel und die Frage war, wenn man meine Nachname nimmt, also Strom, ist die Schreibweise ein ganz klein bisschen anders? Welcher Buchstabe ist zu viel? Damit habe ich eigentlich gemeint ein H, S-D-R-O-H-M. Einige haben dann als Lösungsbuchstaben ein M zugeschickt, weil sie davon ausgingen, dass eigentlich passend zum Inhalt meines Kopfes Stroh mein eigentlicher Name sein müsste. Aber nein, ich nehme mal an, die allermeisten von Ihnen haben es richtig gemerkt, es handelt sich um ein H. Das war also der nächste Buchstabe. Dann kommen wir zu den Uhrenmagazinen Kronos und zum Uhrenmagazin selbst. Dort gibt es einige Abos zu gewinnen und die Frage war, wie heißt denn eigentlich der Verlag, der beide Magazine verlegt? Das ist der Ebner Verlag. Der erste Buchstabe des Namens ist ein E. Okay, dann kamen wir zu Formex. Formex, da gibt es Bandschließe und ein Shirt zu gewinnen. Und meine Frage, die ich Ihnen gestellt habe, war ganz einfach. Aus welchem Land kommt denn die Firma Formex? Beziehungsweise wo in welchem wunderbaren Land ist die Firma Formex beheimatet? Vorletzter Buchstabe. Das Land war natürlich, ist natürlich immer noch die Schweiz und damit Schweitz. Vorletzter Buchstabe ist ein I. Nächster Gewinn, Circular Pro Trailer. Eine wunderschöne Uhr. Und ich habe gefragt, wie denn der Vorname des Geschäftsführers, Inhabers, Wiederaufbelebers der wunderbaren Marke Circular ist. Den ersten Buchstaben davon. Und gesucht war Cornelius Huber. Die erste Buchstabe des Vornamens ist ein C. Also haben wir ein C. Dann kommen wir zu KHS. Zu gewinnen eine wunderbare Uhr. Shooter Mark II inklusive drei Bänder. Weil wir bei spannenden, interessanten Bändern waren, war meine Frage, wie nennt man eigentlich umgangssprachlich, nicht nur umgangssprachlich, sondern eigentlich fachbegrifflich diese Durchzugsbänder, die man da so textilmäßig sehr, sehr schnell an Uhren wechseln kann. Gemeint war damit ein NATO-Band. Erste Buchstabe dieses Kürzels ist ein N. Also der gesuchte Buchstabe war ein N. Letzter Lösungsbuchstabe hatte was zu tun mit der Uhrenmarke Robot. Und dort können Sie einen Aufenthalt in Prag gewinnen. Also die Reise selbst, die müssen Sie selbst antreten. Aber dort Übernachtung, Aufenthalt, Essen, habe ich Ihnen alles erklärt. Eine wunderschöne Geschichte. Die Firma Robot hat eine Kooperation mit einem sehr berühmten Rennfahrer und gesucht war der dritte Buchstabe seines Nachnamens. Der Rennfahrer hieß und heißt immer noch Amazon Fittipaldi und der dritte Buchstabe seines Nachnamens ist ein T. Und wenn wir das jetzt alles, alle Buchstaben zusammenschreiben, dann kriegen wir das wunderbare Wort, Lösungswort Havaheikend raus. Das, wenn Sie es richtig mit Hilfe Ihrer Frau ein bisschen zusammengewürfelt haben, dann wird aus Havaheikend wird Weihnacht. Also alle, die Weihnacht an die Mailadresse geschickt haben, alle die 784 Personen, denen sage ich schon mal herzlichen Glückwunsch. Sie haben zumindest noch bis gleich, wenn sich Mario und ich zusammensetzen und die Gewinner auslosen. Sie haben die Chance und die Freude zu gewinnen. Wie gesagt, wir melden uns ganz, ganz, ganz zeitnah. Wenn es nicht bis Mitte, Ende der Woche passiert ist, dann haben Sie leider nicht gewonnen. Für alle anderen freut es mich. Wir bleiben in Kontakt. Wir kommen auf Sie zu. Ich bin gespannt. Ganz, ganz, ganz herzlichen Glückwunsch allen anderen nochmal ganz herzlichen Dank fürs Mitmachen. Wir sind jetzt schon ein ganz klein bisschen in der Vorbereitung für Weihnachten in diesem Jahr. Und ich habe es Ihnen ja auch gesagt, auf meinem Kanal wird es dann auch ein Rätsel an Ostern geben. Nochmal ein bisschen der anderen Art und Weise. Der Partner, der Uhrenpartner, mit dem ich das Ganze durchziehe, der wird im Moment noch ein ganz klein bisschen verhandelt. Da gibt es mehrere, die nachgefragt haben. Mal gucken, das wird bestimmt sehr, sehr spannend. Also nochmal, Rätsels Lösung ist Weihnacht. Ganz herzlichen Glückwunsch. Wir kommen auf Sie zu. Und ja, dann bis zur nächsten Sendung. Sie haben jetzt diese Woche, glaube ich, eine ganze Menge Herstrom Overload, Overdose, dann doch erleben können. Aber wir sehen uns nochmal am Freitag, höchstwahrscheinlich, nochmal mit Mario Lenke und mir mit der nächsten Folge 5 zu 2 Unentschieden. Fünf Thesen, zwei Meinungen und niemand hat recht. Bis dahin ganz herzlichen Dank und Tschüss. Fünf-办法. Fünf- body braucht mulher. Fünf- Fünf-